Willkommen zurück zu Warhammer 2. Ich spiele jetzt gerade mal eine Deed mit ein paar Randoms. Und ich habe jetzt gerade vergessen, Kyrillian zu wechseln und spiele ich wieder die Endmaiden. Die Narin, so rum. Die Narin stehen eben nur in die Teilen reiten. Umher. Ach, da geht es ja schon gut los. Ich sehe ja schon 6 Plague Monks. Beware, Plague Monks! Stopp, 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 stopp! So, das Schöne ist, dass es nicht mehr das wöchentliche Event ist, kann ich hier ohne Probleme mich von der Gruppe entfernen. Oh, hier war noch eine Bombe. Okay, oder auch nicht. Hopp, 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 hopp. So, genau. Ich hole mir dann das eine Krimoire hier. So, genau. Ich hole mir dann das eine Krimoire hier. Ach, ich streng den einfach, was soll's. So. So. Immer schön die Jute einhalten, wir weg wollen. Die machen ja am meisten Schaden. Die machen ja am meisten Schaden. Ich guck, das ist schon. Die kommen ja nämlich gerne mit. Und da haben wir schon zuerst ein Monster. So. So, durch das Feuer sehe ich jetzt natürlich nicht. So. So, durch das Feuer sehe ich jetzt natürlich nicht. So. 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 Ach, da sind ganz viel da. Okay, ich mach mal ein Ding her. Oh, das ist Glück, dass das mir nicht erwisch war. Vielleicht gibt's was in der Kiste? Natürlich nicht. Hier gibt's auch immer Reisung, ja. So, genau, und ich geh mal ein bisschen vorsichtiger, weil ich das einzige Kamoah hab. So, dann hab ich da einen gehört, ja. So, dann öffne ich mal das Skidator. Beziehungsweise ich aktiviere es. Da kommt jetzt ne Menge an. Oh, ich hoffe mal, dass das kein Beutewirf war, der gerade durchgefallen ist. Ich weiß nicht, ob das kein Beutewirf war, der gerade durchgefallen ist. Ich weiß nicht, ob das Beutewirf gerade durchgefallen ist. Ich hoff's nicht. Mal gucken, wen andere Leute hatte bekommen. Schau. Wurde. Wo ich mal hier rein, ist natürlich fast immer leer. auch noch eine beute ratte sehr gut aber immer noch keine beute würfel ziemlich traurig ah, eine Bombe ich konnte mal gerade sehen, der gute Simon, der spielt gerade hier F1 so So. Ja, da waren wir Bomber. Ja, da waren wir. Ja, ich bin nicht mehr an, wirklich. Oder nicht. Das war aber bisher noch relativ gut. Oh, schade. Na, okay. Wollte ich mir noch schnurren, aber hat sie ja da sich schon geholt. Oh, ich habe mich auf dem Boden geflogen. Oh, ich habe mich auf dem Boden geflogen. So, genau, wir können zweiter gehen. Schwer mal den Zwerg hier. Oh, das ist schön, was wir jetzt so sehen hier. So, ja. Ich finde schön, dass ich sparen, die ich aus Warrior One-Shotten kann. Okay, dann gehen wir beide hier lang. Ich habe einen Leech auf der Trialue. Oh, das ist noch ein Leech! Heilungs-Zwerg, so toll. Oh, ich glaube einer ist gerade oben, die spawnt, ob den ich beschossen hatte. Oh, das ist noch ein Leech! 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 Ich glaube dabei, mir hinterher. Ich glaube, dass er es war. Oh, das ist noch ein Leech! Ich denke ich habe auch noch ein Leech! Das ist noch ein Leech! Ich glaube, er ist noch ein Leech! Ich nehme mir die Leech! Ich denke, er ist noch ein Leech. Jetzt sind wir alle schon wieder zusammen. Ja, ich rede gerade auch. Ich bin ein bisschen müde heute. Obwohl ich sehr lange geschlafen habe. So, ich komme nicht um die hier. Ob es hier nochmal Heidung gibt, ob es Stärke gibt, gibt es auch. Geschwindigkeit? Hm. Hatte wahrscheinlich gerade noch keinen gehabt. So, dann klaue ich mir mal den Schlüssel. Das sind hier der. So, dann nicht wegstoßen lassen. Ja, ich werde nochmal ein bisschen stärker. So. 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 So, ich versuche mal nicht in die Patrouille reinzulaufen. Ich hoffe, dass die Heftspieler auch nicht reinlaufen. Ah, Oberoth, das Turm? Ich komme mal kurz mit. Ah, okay, dann würde ich mir den mal kurz nennen. Oh, fuck. Naja, aber es sollte Schlaffer überleben. Das ist nicht so schlimm. Nein, Baden. Oh, Gott. Danke. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay. Oh, Gott. Ach, hier ist es weg. Das Gute ist, einer Imperator's Chess ist ja garantiert, wenn wir das abschließen. Noch eine weitere gibt's, wenn wir genug Zeug mitnehmen. Aber wir haben ja noch zwei Beute weg bisher, geil bekommen wir noch, schnelles Spiel ergibt aber keinen Bonus diesmal. Ja, müssen gucken wie das wird. Zweit hier war das Chess ja schon cool, aber darauf kommt's nicht wirklich an. Sooo... Sabotiere die beiden Narratoren. einfach gegen schlagen klappt immer so 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 So, ober, noch, perfekt. Oh, mit den Dreiker geht's echt gut. Fällt mir. Hier liegt noch mal Heilo. Man kann ja auch irgendwie wieder hier hoch, aber ich weiß nicht genau wie. So, und ich halte mich mal minimal zurück. Ich lass das fast mal in Ruhe, aber wenn die Stormwärmen kommen, werfe ich das dann auch gehen. Ich jag damit mal nicht direkt den Boss hoch. Oh. 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 Wie sch withe das dirigieren. Das war's für heute. Ich hasse jetzt ganz schnell. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt hat er aber ... jetzt ist er aber fertig. Oh, das ging vollkommen. Klar. Die MOA ist noch da. Wir haben Treibwurms und 6 Beutewürfe. Könnte ausreichen, aber was weiß ich. Wahrscheinlich fehlt da noch so ein halber kleiner Finger. Wie so oft. Ah, der Zwerg ist ... kann er nicht dashen. Ist bisschen langsamer. So, da kann man wie immer das schöne Tor zusammenpfeilen sehen. Und von da hinten oben kam er. Und von da hinten oben kam er. Hier hinten, wo dieser ... wo dieser ... gende Dings ist. So. Da kommt unser Fahrstuhl. Da kommt unser Fahrstuhl. Und das war's sogar schon. Ging ja echt flott. Ging ja echt flott und gut voran. So, mal gucken, ob es ein Emperor's Chest gab. Aber ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Eine gab's auf jeden Fall, genau. Aber ob es jetzt noch eine zusammenkommt ... Oh, Tatsache. Cool. Das war ja echt gut. Und damit wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal.